Ja, geht es gut, Tami. Bis gleich. Ja, ich mache das jetzt aber nicht sauber. Ah, so. Weil ich ja die älteste bin. Na toll. Unsere Katze ist schon ein bisschen komisch. Ups. Wollte eigentlich gerade die Kamera so ein bisschen drehen. So vielleicht. Oder ne eher so. Und dann vielleicht so. Dann vielleicht so. Und dann so. Äh, äh. Kim, du hast keine Lust mehr, was? Oh, was? Böser Hund. Oh, was den Chat in Ruhe sagt, bin ich da nur. Ach ja. Ach, ist das schön. Da gehe ich doch lieber arbeiten. Da gehe ich doch lieber arbeiten. So. Ah, hi Schnitzel. Bist du doch noch wieder da? Nein, danke. Hab keine Zeit. Muss was essen und schlafen gehen. Ich glaube, Finn möchte doch lieber noch die Katze irgendwie bleiben. Ich glaube, Finn weiß noch nicht, was er möchte. Ich glaube, das ist einfach das. Ja, ich finde, ich finde auch, also der Night Stream ist echt cool. Das muss ich auch sagen. Ja, Kim, ich glaube, du musst leider dennoch noch die Tante bleiben. 005. Meine Tante. Ne, nicht tanzte. Tante. Ups. So. Sag mal. Also, das ist ja unglaublich. Bello, jetzt aber mal gut. Geh in einen Zwinger. Oh, stimmt. Schnitzel könnte ja der Onkel sein. Ja, gut. Dann ist Schnitzel der Vater. Benllo. Nicht Knorren. Oh, dieser Hund. Achso, davon kann ich eh nichts mehr machen. Das glaube ich, dass der Hund das auch toll findet, wenn ich ausrutsche. Das glaube ich auch. Das ist aber jetzt so viel mit. Dann mach ich das halt eben. So. Oh, entschuldige, hab mich verschluckt. Nein. Oh, jetzt hab ich. Oh, toll. Voll verlust jetzt. Ey, du bist aber auch schon echt ein ganz schön fieser Hund, ne? Von Tami, von Tami Schnitzel, von Tami bist du Vater. Also du bist ein wirklich, wirklich sehr böser Hund. Achso, okay, abschlecken. Okay, alles gut, Katie. Äh, gut, Benllo. Ja. Kein Wunder, wenn ich hier eure ganzen Namen vergesse. Hallo, mein Name ist Isabel und ich rufe wegen einer Bankangelegenheit an. Lass sie reden. Okay, so. Ähm. Nochmal was essen. Oh, Schnitzel. Nicht in Abiträumen. Äh, nicht im Altträumen. Oh je. Äh, was mach ich denn jetzt? Was? Oh nein. Äh. 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 Nein, hier, hier. Ich will doch nur Spieleregal haben. Äh. Hallo, George. Cool, dass du mit einschaltest. Ja, ich glaub, wir sollten dann aber auch die Tür geschlossen halten. Oh, arme kleine Katze. Mensch. Die holen wir wieder rein. Hund ist ja eingesperrt. Ist mir egal, wenn er da rumbell und einfach da rumkratzt und so. Boah, mach was ich ja will. Äh. 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 Oh man. Jetzt ist er doch wieder im Haus drinnen, der Hund. Äh. 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 Was wollte ich denn schreiben? Äh. Der hat uns nicht gesehen! Äh. Äh. Äh, nee. Ich bin... Ich bin kein Fan von Fußball. Also damals habe ich Fußball geguckt, aber jetzt auch nicht mehr so. Ne, das interessiert mich gar nicht mehr so. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist es so gekommen. Ich hätte den Hund auch noch belohnt, oder was? Dina, lass das. 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 Dina, lass das.